Herzlich willkommen zum dritten Teil des Themas Eingabeminimalität im Thema Eingaben. Und wir haben uns ja schon einige Techniken jetzt angesehen, wie man Eingaben minimieren kann, von Standardwerten bis hin zum Angebot von direkten Handlungsfolgen. Und nun wollen wir auf einige weitere Aspekte kommen, die alle damit zu tun haben, dass die interaktiven Potenziale nicht genutzt werden, also dass die Potenziale interaktiver Nutzungsschnittstellen, wie wir sie uns ja auch in den Grundlagen erarbeitet haben, nicht wirklich vollständig ausgefüllt werden. Und das kann zu Problemen führen oder führt auch zu Problemen, nämlich dazu, dass Handlungen durchgeführt werden, die gar nicht so durchgeführt werden müssten, weil man sich zu sehr am Analogen orientiert. Das ist häufig der Grund. Zum Beispiel sollte man verschiedene Objektgranularitäten bedenken. Was hatte es dann damit auf sich? Denkt mal zurück an die Problematik bei analogen Einschreibtechniken, dass man das Zeichen selber, was eingeschrieben ist, in das Medium nicht mehr ändern kann. Und im Digitalen, haben wir gesagt, im Digitalen kann man das ja ändern. Im Digitalen ist es möglich, dass ich das Zeichen selber ändere, ohne dass ich den Objektträger irgendwie zerschneiden müsste. Und in dieser Tendenz steht hier diese Überlegung. Denn die Frage, was ein Objekt ist, das ich bearbeiten kann, ist nicht abhängig vom Objektträger, was vorher immer das Problem gewesen ist. Also der Zeichenträger hat angegeben, in welcher Granularität ich auch Bearbeitungen machen kann. Das ist hier nicht mehr der Fall. Das bedeutet, ich kann Objekte zusammenfassen zu einem großen Objekt und als großes Objekt bearbeiten, aber auch in Einzelteilen bearbeiten. Ihr kennt es alle aus Textverarbeitung. Wenn ihr eine Textverarbeitung habt, dann habt ihr die einzelnen Buchstaben, habt aber auch einzelne Worte und einzelne Absätze. Und das sind auch einzelne Objekte, eigene Objekte innerhalb dieser Textverarbeitung. Ihr könnt nämlich zum Beispiel die Textsprache für den ganzen Absatz einstellen. Und dann wird der ganze Absatz entsprechend dieser eingestellten Sprache überprüft. Trotz alledem habt ihr aber immer noch Zugriff auf die einzelnen Worte und auch auf die einzelnen Buchstaben. Und diese Granularität, diese Flexibilität in der Granularität, das ist etwas, was im Digitalen sehr typisch ist. Und häufig ist es sogar so typisch und so verbreitet, dass wir uns da keine Gedanken mehr darüber machen. Aber manchmal passiert es dann doch, dass wir uns sehr am Analogen orientieren. Und ein schönes Beispiel dafür ist hier genannt, aber ich zeige es euch auf der nächsten Seite mal grafisch. Nämlich in so Präsentationsprogrammen wie diesem hier, habe ich ja die Möglichkeit, wenn ich hier zum Beispiel drei Objekte mal angeordnet habe, unten ein Text. Mysteriöses Objekt steht da. Die Rechtschreibung ist zweifelhaft gut. Gut, dann habe ich da dieses Objekt, das Mysteriöse und oben drüber ist noch ein Kommentar. Und ich kann sagen, das ist mir mühselig, dass ich die immer einzeln bearbeiten muss und immer alle gleichzeitig markieren muss. Darüber mache ich sie übrigens auch schon zu einem gemeinsamen Objekt, aber nur temporär. Ich kann die ja auch zu einem Objekt werden lassen, indem ich rechte Maustaste klicke hier und sage Gruppieren. Und dann wird das Ganze ein Objekt. Und da sieht man auch, man kann diesem Objekt nämlich Eigenschaften zuweisen. Ganz explizit kann man dem entsprechende Einblende-Ausblende-Eigenschaften zuweisen. Und die gelten dann für das Gesamtobjekt. Für diese ganze Gruppe, die hier falsch mit Gruppieren betitelt ist. Das werden wir auch in einem späteren Video nochmal sehen, eine eigenartige Übersetzung, die hier passiert ist. Sei es drum. Auf jeden Fall ist dieses ganze Objekt jetzt ein Objekt. Aber es ist ja jetzt ärgerlich. Jetzt habe ich ja hier mysteriöses Objekt falsch geschrieben. Das fällt mir ja irgendwann vielleicht auch mal auf, dass ich das falsch geschrieben habe. Das möchte ich ja gerne korrigieren. Was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich wieder rechte Maustaste und mache Gruppierung aufheben. Und dann ändere ich das und dann markiere ich das wieder und stelle die Gruppierung wieder her. Das ist aber mühselig. Das sind viele Eingabeschritte, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind. Und vor allen Dingen, es kommt sogar noch mehr dazu, nämlich diese Eigenschaft, die ich dem Gesamtobjekt gegeben habe, die geht verloren, wenn ich das Objekt so auflöse. Das heißt, ich müsste dann auch diese Überblendungseigenschaft hinterher wieder einstellen. Also viele Eingaben und auch noch fehlerträchtig. Das muss auch gar nicht sein. Denn es gibt gar keine Notwendigkeit, dass ich nur, weil ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt ein Objekt, ich die Einzelobjekte nicht mehr bearbeiten kann. Man könnte das mal vergleichen. Ich habe vorher die einzelnen Objekte auf kleinen Schnipseln gehabt und habe die dann auf einen Zettel aufgeklebt. Das wäre im Analogen die Variante Gruppieren. Und dann kann ich ja nicht mehr richtig bearbeiten. Ich kann zum Beispiel die Position der Objekte zueinander dann nicht mehr ändern. Im Digitalen kann ich das. Und zwar, indem ich das Einzelobjekt im Gesamtobjekt auswähle. Das geht hier mit einem Doppelklick bei Keynote und bei PowerPoint geht es ein kleines bisschen anders. Man markiert erst das große Objekt und klickt dann in das Teilobjekt nochmal explizit hinein. Das macht aber von der Menge der Eingaben keinen Unterschied. Auch wenn das ein Doppelklick ist, weil ein Doppelklick ist auch eine Eingabehandlung. Man macht ja nicht Klick, sondern eine Handlung, der Doppeltipp oder Doppelklick an dieser Stelle. Das heißt, diese Idee muss man immer im Hinterkopf halten, dass es verschiedene Objektgranularitäten geben kann und dass ein Objekt mal als Teil eines Verbundobjektes auftreten kann, aber gleichzeitig auch noch seine einzelne Bearbeitbarkeit behalten kann. Wenn ich Software gestalte, die das nicht ermöglicht, wo ich mich immer entscheiden muss, dann baue ich das analoge nach und verschenke dieses Potenzial und sorge damit mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit für eine Verletzung der Eingabeminimalität, also für erzwungene Sequenzialitäten. Es gilt also daran zu denken, das im Kopf zu haben. Wiederverwendbare Ein- und Ausgaben sind auch so etwas richtig Genuin-Digitales. Was meine ich hier? Ich habe eine Eingabe und auf die Eingabe folgt irgendwann mal eine Ausgabe. Möglichst schnell, hoffentlich bei einem interaktiven System. So, jetzt mache ich später noch eine Eingabe und auch auf die folgt natürlich irgendwann wieder eine Ausgabe. Nur, jetzt kann es ja sein, dass ich das Gleiche, was ich vorher eingegeben habe, noch mal eingeben möchte oder ich möchte das, was ich vorher eingegeben habe, nur leicht abändern und möchte das zur Eingabe machen. Es wäre jetzt ärgerlich und mühselig, wenn ich die komplette Eingabe wiederholen müsste. Das hängt auch damit zusammen mit der vorherigen Idee. Alles, was ich eingegeben habe, ist ja ein Objekt geworden und alles, was ausgegeben wurde, ist ein Objekt geworden, zumindest potenziell. Das heißt, ich kann auch darauf referenzieren und möchte das eigentlich auch können, um das direkt wieder zur Eingabe machen zu können. Und damit sprach ich mir ja erheblichen Eingabeaufwand. Das heißt, eine vorherige Eingabe muss auch jetzt wieder zur Eingabe werden können und eine vorherige Ausgabe muss auch wieder zur Ausgabe werden können. Nein, das ist falsch. Eine vorherige Eingabe muss jetzt wieder zur Eingabe werden können und auch eine vorherige Ausgabe muss zur neuen Eingabe werden können. Vielleicht nicht unbedingt in Gänze, aber zumindest in Teilen. Ich muss also auf diese Objekte irgendwie referenzieren können. Man kann das in einem kurzen Satz zusammenfassen, dass etwas, was schon mal eingegeben wurde in den Computer oder vom Computer ausgegeben wurde, nie nochmal eine Eingabe werden sollte oder zumindest nicht zwanghaft. Wenn das jemand machen möchte, ist das ja völlig in Ordnung, aber man sollte die Leute nicht dazu zwingen. Denn das ist ja schon da. Warum sollte man es nochmal eingeben? Und das erspart natürlich eine ganze Menge an Eingaben. Wo kommt das vor, dass man das machen muss, dass man eine vorherige Eingabe oder eine Ausgabe des Systems wieder eingeben muss? Und klassischerweise kommt das hier vor bei Kommandozeilen Ein- und Ausgaben. Zumindest wirklich ganz klassischerweise. Es gibt da heute natürlich entsprechende Unterstützungsfunktionen. Aber was ich hier erst einmal habe, schaut mal, ich habe LS eingegeben, dann kriege ich ein Dateilisting und da stehen jetzt lauter Dateien und Ordner. Ja, und jetzt möchte ich in einen dieser Ordner hinein. Dann muss ich CD eingeben. Ja, und dann muss ich genau diesen Namen, der da oben steht, wieder eingeben. Da gibt es natürlich so Trick 17. Also ich kann durch die Eingabe von einem Buchstaben und dann Tabulator das automatisch ergänzen lassen. Und damit mache ich eigentlich genau eine Referenz auf ein anderes Objekt. In diesem Falle ein anderes Objekt in diesem Verzeichnis, nicht in der vorherigen Ausgabe. Die Ausgabe hat damit eigentlich nichts zu tun. Das wäre auch so gegangen. Und ich kann auch die vorherige Eingabe ja wiederholen, indem ich nach oben drücke und dann kriege ich ja die vorherige Eingabe wieder. Das ist möglich in solchen Kommandozeilen-Systemen heute. Aber klassischerweise ist es nicht möglich. Klassischerweise ist es so, dass ich eine Ausgabe gekriegt habe und wenn ich das zur Eingabe machen wollte, dann durfte ich die Ausgabe schön abtippen. Das ist natürlich ärgerlich. Das kommt an vielen Stellen vor, dass man mal etwas, was schon mal ausgegeben wurde oder schon mal eingegeben wurde, irgendwie nochmal eingeben muss. Nämlich, weil es einfach nicht die entsprechenden Schnittstellen gibt. Ich muss das ja vorsehen. Ich muss ja vorsehen bei der Programmierung meiner Software, dass ich mich auf etwas anderes beziehen kann. Was ich entweder selber vorher schon mal ausgegeben habe oder vielleicht auch was andere Programme ausgegeben haben. Und das ist natürlich nicht ohne. Und das sollte ich aber bedenken, zumindest innerhalb meiner Software und in Relation zu üblicher Standardsoftware außen drumherum. Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es natürlich Abhilfen. Es gibt Standardformate. Das ist schon mal hilfreich. Wenn ein Programm eine Datei in einem Standardformat erzeugt, dann kann ich wahrscheinlich in einem anderen Programm diese Datei in diesem Standardformat lesen. Das heißt, das, was die eine Datei ausgegeben hat, kann ich in dem anderen Programm zur Eingabe machen. Container-Konzepte gehören dazu, dass ich also sage, ja, hier steckt eine Datei in einem Container. Der Container weiß, wie er sich anzeigt, hat aber auch noch die komplette Datei im Inhalt. Man kann dann also auch diese Anwendung damit starten. Das ist das OLE-Konzept bei Windows. Ist nicht im Detail an dieser Stelle so wichtig, aber es sorgt auf jeden Fall dafür, dass die Austauschbarkeit unter Software besser funktioniert. Und systemweite Zwischenablage ist natürlich das Paradebeispiel für so eine Abhilfetechnik. Denn über diese Zwischenablage kriege ich es ja relativ gut hin, etwas, was an einer Stelle ausgegeben wurde, an einer anderen Stelle zur Eingabe zu machen. Das ist aber häufig nicht die beste Lösung, wie wir gleich auf der nächsten Folie sehen werden. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal zwischenschieben, dass man da sehr weit gehen kann mit der Aussage, dass das, was eine Ausgabe gewesen ist, hinterher wieder zur Eingabe werden kann. Wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wo sich das auf das komplette Bild am Bildschirm bezieht, dass die Bildschirmausgabe auch zur Eingabe werden kann. Aber hier jetzt mal Fehlermeldungen. Das ist oft ein gewisses Ärgernis oder überhaupt Meldungen, muss ja keine Fehlermeldungen sein, irgendwelche Systemmeldungen, die angezeigt werden. Da ist es oft ein Ärgernis, dass ich den Text der Systemmeldung nicht zur Eingabe machen kann. Der Klassiker ist, ich kriege eine Fehlermeldung, ich möchte jetzt als nächstes eine E-Mail schreiben an den Hersteller der Software mit dieser Fehlermeldung. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt könnte ich das abtippen. Das ist aber ärgerlich. Ich könnte ein Screenshot machen. Da haben wir tatsächlich sowas in die Richtung. Da ist nämlich die Ausgabe des Bildschirms, Pixel für Pixel, die Eingabe als Datei für das E-Mail-Programm. Aber ich könnte ja auch den Text einfach kopierbar machen. Und das ist tatsächlich bei Mac. Wer von euch ein Mac hat, kann das mal ausprobieren. Ist euch vielleicht noch nie aufgefallen. Da geht das tatsächlich. Das heißt, ich kann in solchen Meldungen tatsächlich den Text markieren und kann den dann kopieren. Und kann den dann an anderer Stelle einfügen. Kommen wir mal zurück auf die Zwischenablage. Wobei die ja auch hier notwendig ist. Ich muss ja auch hier in die Zwischenablage des Systems einfügen. Das ist so eine Standardtechnik, die generische Lösung, also Copy-Paste über eine Zwischenablage. Und das moderne Pendant ist erst über die Handys gekommen, aber mittlerweile sehr verbreitet. Auch in Standardbetriebssystemen so eine Senden-an-Funktionalität. Also, dass man sagen kann, aha, ich habe hier die Bildverarbeitung und in der Bildverarbeitung sende ich jetzt dieses Bild an das E-Mail-Programm. Und damit wird diese Ausgabe an dieser einen Stelle, das Objekt aus der Bildverarbeitung, direkt zur Eingabe im E-Mail-Programm. Das kann ich ja damit hinkriegen, dass ich da entsprechend einfach so drauf drücke. Das ist allerdings auch etwas, was wieder sehr explizit bedacht werden muss. Da braucht es ein paar Standardisierungen, wie man sowas macht. Die Zwischenablage muss natürlich auch standardisiert sein. Ist sie aber auch im Laufe der Jahre immer mehr und mehr geworden. Aber sie ist nur eine Notlösung. Und das kann man sich klar machen, wenn man nochmal an das Beispiel vom letzten oder vorletzten Video denkt, wo es ja um das Fill-by-Klick ging. Und die Lieferadresse. Also, ihr habt eine Lieferadresse und eine Rechnungsadresse. Und konntet jetzt per Fill-by-Klick, also einfach durch einen Klick, automatisch die eine Adresse in die andere Adresse übernehmen. Also, die anderen Eingabefelder übernehmen. Tja, da könntet ihr ja jetzt sagen, naja, da lasse ich das Fill-by-Klick halt weg und mache Copy-Paste an dieser Stelle. Und sage, den Leuten sollen halt oben Copy und unten Paste machen. Ja, das ist aber mühselig, weil man das dann ja für alle einzelnen Felder machen muss. Und es ist auch sonst eine sehr unfreundliche Handlung, weil diese Standard-Funktionalität dann nicht mit einer sehr offensichtlichen, erkennbaren Funktion ausführbar ist, sondern nur mit dieser generischen Funktion, die man auch erstmal kennen muss und auf die man in der Situation auch erstmal kommen muss. Das heißt, das, was wir in einer der späteren Vorlesungen mal Erschließbarkeit nennen werden, also dass man sich erschließen kann, was für Funktionalitäten es alles gibt, ist dann auch schlechter gegeben. Und die Eingabeminimalität ist auch verletzt. Das heißt, das wäre hier eine schlechte Lösung. Copy-Paste ist dann eine gute Lösung, wenn ich eben nicht vorsehen kann, wie die Daten von einem ins andere fließen. Weil es könnten ja theoretisch beliebige Objekte oder beliebige Texte jetzt in diesem Falle mal von einem beliebigen Programm in ein beliebiges anderes kommen. Und dann kann ich natürlich nicht zwischen allen eine Schnittstelle vorsehen. Und ihr seht, Copy-Paste gibt es natürlich auch in entsprechenden, naja, Mobilbetriebssystemen auf Tablets und auf Smartphones. Und eigentlich auch auf genau die gleiche Art und Weise funktioniert das. Hier die versprochene Variante, bei der die Ausgabe des Bildschirms als Objekt angesehen wird und damit eine Eingabe für ein Programm sein kann. Das hatten wir jetzt gerade schon mal beim Screenshot. Wenn ich ein Screenshot erzeuge und der Screenshot wird als Datei abgespeichert, ja, dann habe ich ja die Datei wieder als Objekt und kann die als Eingabe in ein anderes Programm nehmen. Hier bei Macintosh gibt es eine systemweite Bildschirmlupe als ganz interessantes Feature. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Farbauswahldialog habe, völlig egal wo das ist, und es wird zumindest der systemeigene Farbauswahldialog benutzt, das ist der, den ihr hier seht, dann kann ich auf diese Lupe drücken und kann dann am Bildschirm eine Farbe abnehmen. Und zwar irgendwo, in anderen Fenstern, im Dock, im Menü, völlig egal, irgendwo auf dem Bildschirm kann ich die Farbe abnehmen. Das heißt, die Ausgabe des Betriebssystems auf dem Bildschirm kann Eingabe sein, das einzelne Pixel in diesem Falle kann Eingabe sein für den Farbauswahldialog. Das ist auch ein schönes Beispiel für eine wiederverwendbare Ein- und Ausgabe. Nämlich die Ausgabe, die sowieso ständig erzeugt wird, die kann wieder zur Eingabe werden. Und das erleichtert natürlich viel, denn wenn ich das nicht habe, dann muss ich entweder die Farbe nachbasteln, das ist das Schlechteste, oder ich müsste mir erst einen Screenshot machen, damit ich von dem Bild die Farbe abnehmen kann. So kann ich es gleich ganz direkt machen und habe direkt die vorhandene Ausgabe wieder als Eingabe. Ganz ähnlich übrigens bei Word der Formatpinsel. Ich weiß gar nicht, ob euch der bewusst ist. Das ist ein Feature in Word, was eigentlich ein bisschen schizophren ist. Denn an sich sollte man ja in Word nicht auf den Gedanken kommen und einfach irgendwelche Absätze fett machen, kursiv machen, größer machen, kleiner machen, sondern idealerweise verwendet man die Formatvorlagen und sagt, das ist ein Standardtext, das ist eine Überschrift, das ist eine Definition, was immer man da für Vorlagen drin hat. Man hat aber natürlich die Möglichkeit, und die sind sogar prominent angegeben, das auch ganz direkt zu machen. Ihr seht ja die entsprechenden Schaltflächen dort. Und dann ist man ja oft in der Verlegenheit, dass man jetzt einen Absatz auf eine bestimmte Art und Weise formatiert hat und möchte jetzt den nächsten oder irgendeinen, muss ja nicht der nächste sein, irgendeinen anderen Absatz auch so formatieren. Und das kann sehr mühselig sein. Und da ist jetzt auch wieder die Sache, das ist ja schon mal eine Eingabe gewesen. Auch Formatierung, Formatierungsanforderungen an die Texte sind ja eine Eingabe in das System. Und diese Eingabe, die kann auch wieder zur neuen Eingabe gemacht werden, nämlich mit dem Formatpinsel. Der Formatpinsel funktioniert so, dass man da drauf drückt und dann erst anklickt, von wo nach wo man eigentlich das Format übernehmen will. Und dann hat man alle Formatierungsanstellungen, also, naja, Zeilenabstände, Fettgroßgreibung, also Schriftgröße, Schriftart und sowas, übernommen von einem Absatz in den anderen Absatz. Eigentlich alles außer dem Text selber. Das geht auch hier mit dieser Funktionalität. Und es ist auch eine Technik zur Eingabeminimalität in unserer Interpretation, weil eine vorherige Eingabe wieder zur Eingabe gemacht wird. Wichtig ist, und da gibt es häufig Probleme mit, dass auch Fehleingaben Eingaben sind und auch Fehleingaben zur neuen Eingabe werden könnten. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Denn stellt euch mal vor, ihr macht irgendwo eine Fehleingabe und stellt das dann fest. Und dann wollt ihr als nächstes die Eingabe korrigieren. Ja, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das, was ihr falschlich eingegeben habt, im Großen und Ganzen in Ordnung ist und dass man nur Kleinigkeiten korrigieren muss. Zum Beispiel bei der Kommandozeile vorhin. Da war das doch so. Also angenommen, ich hätte anstatt CD in einen Ordner hätte ich CC eingegeben. Versehentlich habe ich mich vertan. Dann kriege ich eine Fehlermeldung als nächstes. Ja, dann kann ich Pfeil nach oben drücken und kriege diese Fehlermeldung, äh, nicht die Fehlermeldung, sondern die vorherige Eingabe wieder und kann dann mit dem Cursor da hingehen und muss nur das 10, das D ändern und muss nicht die komplette Eingabe nochmal machen. Das heißt, die Fehleingabe sollte erhalten bleiben und bleibt es in diesem Falle auch. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann das sehr frustrierend sein. Und da zeige ich euch jetzt ein Apple-Beispiel, um mal wieder zu zeigen. Also auch Apple hat wirklich sehr schlechte Lösungen im User-Interface und hier bei der wiederverwendbaren Einausgabe haben sie wirklich den Vogel abgeschossen, meiner Meinung nach. Schaut euch das mal an. Was seht ihr hier? Ihr seht einen Teil von einer Literatursammlung. Und ich habe da immer das Phänomen gehabt, ich habe so kryptische Namen gehabt und jetzt gehe ich hin und möchte die, äh, naja, anders benennen. Da soll nämlich zum Beispiel drinstehen, ähm, naja, wie das Ding eigentlich heißt, dieses Paper an dieser Stelle. Und ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe hier einen Doppelpunkt verwendet und darauf werde ich auch hingewiesen. Ich darf keinen Doppelpunkt in Dateinamen verwenden. Äh, gut. Jetzt drücke ich auf OK und jetzt steht da wieder der vorherige Dateiname. Und die komplette mühselige Eingabe, die ich gerade gemacht habe, ist verschwunden. Wie ärgerlich. Ich hätte sie aus der Fehlermeldung rauskopieren können, aber wieso sollte ich, äh, und wieso gehe ich davon aus, äh, dass, äh, nur weil eine, ein einziges Zeichen falsch war, die komplette vorherige Eingabe hier verworfen wird und wir wieder diese, diesen kryptischen Standarddateinamen, äh, äh, hier haben. Das ist eine ganz schlechte Lösung, weil die vorherige Eingabe, die ja zu 99 Prozent korrekt war, äh, einfach verworfen wird wegen eines falschen Zeichens. Und ich habe keine Möglichkeit, sie zu korrigieren, sondern ich muss komplett nochmal von vorne beginnen. Eine weitere Technik, die auch wieder ein, äh, Potenzial, äh, erfüllt, nämlich ein digitales Potenzial, ist die der, äh, Eingabeminimierung durch frühe Ergebnispräsentation, auch inkrementelle Rückmeldung genannt. Und das habe ich eben schon mal angesprochen, äh, bei dem, äh, eingängigen Beispiel, äh, mit diesem, äh, einfachen Beispiel mit den zwei Zahlen, die addiert werden können. Da habe ich diese Technik, ähm, zumindest hypothetisch schon angewendet. Inkrementelle Rückmeldung bedeutet, dass Rückmeldungen schon gegeben werden, während ich noch die Eingabe mache. Das erfüllt also die Anforderung nach, oder das Potenzial der Responsivität. Ich muss nicht erst irgendwie langwierig alles machen und dann eine Anfrage losschicken und kriege dann eine Antwort, sondern ich habe schon Responsivität noch während ich tippe. Man könnte auch von responsiver Manipulation an dieser Stelle sprechen. Ich manipuliere das, was da steht. Und noch während ich es manipuliere, wird, äh, hier eine Auswertung gemacht. Und, äh, das, äh, hat an vielen Stellen viel Potenzial, Eingaben zu sparen. Schaut euch das auf der rechten Seite an. Das Beispiel ist alt, aber gut. Äh, nämlich auch aus, hier aus Windows 95, die Hilfefunktion von Windows 95, beziehungsweise von Programmen in Windows 95. Und, äh, ich, äh, habe einen Suchindex und gebe oben etwas an. Und während ich tippe, wird unten schon eine Auswahl gemacht, Bezug nehmend auf das, was ich oben eingetippt habe. Das heißt, ich habe hier Out eingegeben und eine entsprechende Auswahl wird mir unten entsprechend präsentiert. Das, äh, erspart erheblich Tippaufwand. Denn ich muss gar nicht das ganze Wort eintippen und habe schon entsprechende Vorschläge, die mir wahrscheinlich es ersparen, den Rest einzutippen. Oder sogar auch, ich tippe etwas ein und stelle fest, es gibt schon zu dem kurzen, was ich eingebe, nichts mehr. Das heißt, ich kann mir gleich sparen, ein längeres Wort an dieser Stelle einzugeben, sondern kann mir gleich was anderes überlegen, was ich offensichtlich suchen muss. Diese Technik kennt ihr heute alle von solchen Vorschlägen, die Google zum Beispiel macht. Wenn ich etwas eingebe oder hier auch der Browser macht, ne, ich habe hier Putt eingegeben und der Browser schlägt mir alles Mögliche vor, wo dieses Putt schon drin vorkam und ich brauche eigentlich nicht viel mehr einzugeben als das und kann dann in der Auswahl einfach direkt abkürzen und muss nicht irgendwie eine lange Adresse oder einen langen Titel an dieser Stelle machen. Was ich dazu natürlich brauche, ist, dass ich die Rückmeldungen schnell hinkriege. Das ist eine Grundlage. Das heißt, wenn ich keine schnelle Möglichkeit der Auswertung habe, dass ich die Eingabe schnell auswerten kann, dann kann ich zu Problemen kommen hier. Ich darf es natürlich nicht so machen, dass das mein System blockiert. Das heißt, ich muss weiter tippen können, auch wenn die Antwort noch nicht da ist, aber dann muss die Antwort trotzdem zeitnah erscheinen. Da gibt es natürlich Techniken dafür. Das heißt, man legt sich sinnvollerweise Suchindizes an, über die diese Suche geht und macht die nicht über alle Daten, die man hat. Bei sowas wie Google wäre das ja auch schlichtweg gar nicht möglich, denn das wäre ja dann eine Suche über das ganze Internet tatsächlich. Es geht ja nur über einen Suchindex. Wir brauchen also auf jeden Fall bei inkrementeller Rückmeldung eine unmittelbare und kontinuierliche Rückmeldung. Aber dazu erfahrt ihr erst in der nächsten Woche was, wenn es nämlich um Rückmeldungen gehen wird. Für heute bin ich fertig mit dem Thema Eingabeminimalität und es geht jetzt weiter mit weiteren Forderungen an die Eingabe, denn die Minimalität, also die Anzahl der Eingabeschritte verringern, ist nicht das Einzige, was möglich ist zur Reduzierung erzwungener Sequentialität bei Eingaben.